Dann legen wir mal los. Ist hier irgendwo ein Gegenstand? Nee. Wer war da was? Nee. Ach, diesmal haben sie von oben an gesetzt. Alles klar. Oh, das war gerade knapp. Ach, alles klar. Spielen. Das geht Quatsch. Ach, zwei, drei, zwei. Alles klar. Der braucht... Nö. Zwo, das sind Viere. Nee, das ist eins, dann sind das drei. Das sind meine auch ein Zwo Viere, aber okay. 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 Ich habe meine Brücke. Oh, du hast mich hier jetzt. Ich bin da, bitte. Ich bin da. Na, wieder zwei. Nee, hier. Das sind die drei. Alles klar. Muss ich mal drauf gucken. Ja, ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Lass mich verarschen. Ja, nochmal. Ja, nochmal. Okay, ich gebe dir jetzt einfach Nummer 2. 2, 3, 2. Hier oben sind doch 3. Die habe ich denn doch geschmissen. Ach, ich verstehe. Ich muss denn hier... Ist das das Teil hier? Ich habe meine Brücke. Nee. Genau. Ja, ich habe meine Brücke. Jetzt habe ich den Dreh raus. Ja, das ist easy, wenn du es auch schon mal weißt. Der Typ sich freut noch. Darf ich zinten? Ja, okay. Hier liegt schon nichts mehr rum, hä? Nee. So, Dynamit brauch ich nicht mitnehmen. Obwohl, was zum Schmeißen... Hier ist ne... Hier ist was. Krumm Säbel. So, Messer. Gut, hab alles. Achtung, Explosiv, okay. Bin ich denn jetzt umgebracht, oder was? Nee. Okay. Gott sei Dank. Du brauchst Hilfe? Du hast doch das richtige Werkzeug für euer Kollege. Ja. Wird kurz sagen. Ich hätte kann es eigentlich auch draus schneiden. Nein. Merci, mon ami. Du regnen. Garry's thunder. Ja. Ja. Kommen Sie. Ja. Ja. Inmitten endloser Angriffe und Gegenangriffe fanden Freddy und Emil schließlich eine Spur von Baron von Dorf in Üpern. Üpern. Hab ich ja noch nie von gehört. So, hier liegt bestimmt ein Gegenstand. Ne. Alles klar, Giftgas. Was? Ah, das wurde im 1. Weltkrieg eingesetzt. April 1915 setzten die Deutschen zum ersten Mal Chlorgas ein. Der Chlorgas, von mir aus. So, was machen wir nun jetzt? Alles klar, du kannst einen Tunnel. Ne. Ne, wir aktivieren. Ne. Ne, was machen wir jetzt? Gut, ich muss mich auch schon wie ausmachen, ich denke mal, das hat was damit zu tun hier, mit dem Gerät. wenn ein schwerer gegenstand drauf fällt halt wollen wir den krebschen noch was du willst du nicht drücken was machen wir dann? ja ne toll alles klar ich hab's nie gesehen gut hier ist das Teil so was haben wir hier? ne ich will ihn wieder eh mal runter machen ich wünsche mich auch mal den hübschen gegenstand hier einsammeln schlimm mit mir ich weiß ist noch ne öffnung oder nie? alles klar ich weiß was hoch genau so dann fahren wir mal runter ach da kann auch die hebel bedienen ne dann nehmen wir dich doch einmal runter wunderbar das ist natürlich cool boah was für ne anlage das gerät ok erstmal gucken wir nicht wieder was zum einsammeln gasmaske würde ich sagen gasmaske würde ich sagen gasmaske würde ich sagen mach das erstmal mit her ne dreh mal erst mal und gucken was passiert alles klar ich weiß was das muss ich ja nun ich verstehe ich verstehe schaff des rätsels lösen denk ich zumindest ach jetzt brüche ich mal hier drüben bin zu fett da kann da wochen nie ganz gut das lässt sich unten hier drüben und dann ist es groß genug dass er er fährt doch fast allein nein 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 ja na toll stammert das ok kurz vorm explodieren wunderbar ja ja das ist immer noch nicht noch nicht jetzt musst du inhauen oder einfach probieren das ich sehe was das problem ist immer muss er noch dann ne bin ich doof die andere seite ist richtig warte mal was hab ich denn hier ach alles klar ich muss die beiden rohre verbinden jetzt hab ich raus was ich erstmal machen muss die maschine muss in die maschine wieder rein also das zeug was aus der maschine kommt muss wieder rein warte mal da muss ich jetzt erstmal drauf kommen solche rätsel hasse ich immer wo du hier so zeug verbinden muss was nicht gleich beim ersten mal funktioniert so und dann jetzt halt jetzt habe ich es gelöst ich will nur ein pro ja ich möchte weg ok wir sind unten drunter wahrscheinlich gestorben doch nie fast und ne ne die stimme und braun item ja ja woher jetzt irgendwie ein bisschen berechenbar nur ein bisschen ooooh scheißbomb wieder Okay Gut, was haben wir denn hier alles? Wir haben einen Ich hoffe es geht jetzt nicht um Zeit oder so Weil er gesagt hat, hurry up Gut Gut Ich glaube es ist so nett Sehr gut 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 Und Und Gut Sie hieß Anna, eine belgische Studentin aus Paris. Sie war auf der Suche nach ihrem verschollenen Vater. Diesmal schien ihnen das Schicksal wohlgesonnen zu sein, denn ihr Weg führte in dieselbe Richtung. Doch als sie sich wie Mie näherten, wurden sie von einer deutschen Fliegerstaffel entdeckt. Das ist mal richtig cool gemacht. Die Musik hat. Alles klar, das ist ein Bienen Ich denke mal noch einen hält an die Ausnahme Krass Auto Jo, bestimmt Toll nochmal Oh So machen wir das So machen wir das Oh, die hat Medizin einstecken, geht los Achso, Medizin soll ich holen Alter, die Fresse, die hören uns doch noch nie Ich lasch das item holen Oh ne Gut, dann verzichte ich eben drauf Nee Oh, ich muss warten bis er weg ist Oder was Warten Warten Bitte verlasse deinen Posten Warten Alles klar Oh, bin ich blöd Auf nun schießen sie doch nie Alles klar Ah ne Du musst erst mal drauf kommen Schnell, 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 schnell Oh Gott Ja, das kann ich mit dem Ding zerstören Eine Wird 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 Ops K Okay K K K K K K K Ja, hey! Somebody! Hey, 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 hey! Psst! Hey! Hey, 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 hey! Oh, ho-ho, ho, ho! Ich brabe nicht, k etti случens die